Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Titan Quest. Wir sind mittlerweile in Howdy's Palast angekommen, aber der Showdown wird noch ein bisschen warten müssen. So, wir gehen mal rechts lang. Oh, die kommen gut rein zu dritt. So, wir gehen mal rechts lang. Der entzieht uns Energie, der Sack. Okay, beamen. Ach, das sind wunderbare Tage. Ich nehme mal nicht an, du hast jetzt eine geile Waffe. So, 36 Stärke hat das hier auch, kann weg. 32 Stärke kann dann auch weg. 30 mehr Leben, mehr Dings. 25% mehr Stärke, 25. Da sind die Prozentdinger um weiten besser. Haben wir denn noch was? Gut, hält. Dann werden wir das nämlich jetzt mal ausrüsten oder verbessern, das können wir leider nicht. Den Helm können wir glaube ich auch nicht, oder? Feuerwiderstand, na gut. Blitzwiderstand, mehr Leben. Das würde sogar oben gehen. mehr Leben. Stärke und Rüstung. Machen wir momentan die Giftschaden? Ich glaube nicht, ne. Ich lasse es doch erstmal, vielleicht finden wir doch nochmal eine bessere Rüstung. Ich will mich noch nicht entscheiden. So, dann können wir erstmal das hier komplett, zack. Zack. Hat man nicht noch eins? Ähm. Zack. Zack. Hat man nicht noch eins? Ich glaube nicht. Da geht's jetzt runter. Jetzt bin ich wieder ein bisschen überfragt, wie das hier eigentlich weitergeht. Gut. Hier müsste dann theoretisch ne Sackgasse sein, oder? Ja. 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 Hallo, Wache. Ich wette, hier geht's offiziell lang und wir hätten den anderen Weg nehmen müssen. Ein schräumender Erfahrung. Tschüss. Oh shit. 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 Beide treffen kurz zum Ziel. Sehr, sehr. Okay. Na komm, können wir nicht einen noch anlocken? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alter, alter, alter. Alter. Alter, alter, 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 alter. Alter, 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 alter. Wir haben den 18x. Nee, 20. Gute Gott. Ne, wir haben den 2x, wo ist drinne? Haha. Da. Das möchte ich ne Rezivier, weil wir das wieder oben besiegen sollen. Ich warte jetzt noch, dass mein anderer dabei ist. Das ist ja viel schneller als wir. Aber, der kriegt gut Damage gerade ab. Müsst ihr gleich erledigt sein, hoffe ich. Nochmal. Das ist ja viel besser. Uuuuuhh Kann sie mal sterben? Danke Schön gemacht Leichenkönig Stargate Wuuuush Okay, noch ein Brunnen Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter Spitze bedanke mich Bis dann Und hier geht's dann in der nächsten Folge Und hier geht's dann in der nächsten Folge